Hey, good morning, Darin. Wir sind jetzt gerade am Flughafen, Hannover sind Flughafen und ich bring den John jetzt gerade weg. Durch die Tour wollten wir uns nochmal herzlich bei euch allen bedanken, die mitwirken, sehr großzügig mitgearbeitet haben, zum Beispiel den ganzen Veranstaltern. Vielen, vielen Dank an alle, die teilgenommen haben, ihr wart alle super. Danke, dass ihr uns eure Energie und Engagement geschenkt habt und wir wissen es sehr zu schätzen. Wir hatten sehr, sehr viel Spaß bei dieser Tour. Bedanken, ich danke Christian Tietz, Elena, Marc-Anthony Sanchez, Gigi Galles, Maxime, Sinan, Innsbruck, Ayuk, Münster, Vara, Braunschweig. Was auch? Darren Hannover. Darren Hannover. Stefan Dubinsky, Oldenburg. Ja, es ist früh am Morgen und wir haben noch gar nicht geschlafen und jetzt, die wir vergessen haben oder die ich vergessen habe, das tut mir leid. Wir planen im Juni wieder eine Soplex Tour und wenn ihr Interesse habt, dann einfach Bescheid sagen. Ja. 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 Was willst du sagen? Wow. Es ist schon lange, fast ein Monat. Ich möchte vielen Dank an Europa, Deutschland, Innsbruck. Oh man, überall. Es war eine fantastische Erfahrung. Ich hatte viel Spaß mit Darien. Ich habe die Möglichkeit, all around Europa zu studieren. Es ist das erste Mal, dass ich das gemacht habe. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass jeder das gemacht hat. Ja. Es war toll, zu sehen, so viele neue Fakten zu lernen. Und ich freue mich wirklich, dass ihr euch rausgebracht habt und zu studieren. Ich freue mich darauf, zu sehen, mehr Workshops mit mir, Darren und anderen, von Hopefully Most Wanna Crew, oder GRV, in Oktober. Ich freue mich auch, zu haben, noch eine Tour mit mir und Darren, in Juni. Ja. Ja. So, stay tuned. Ich hoffe, dass ihr das wiedersehen könnt. Ja. Ja. Ich werde definitiv nicht missen. Ich werde alle trainwärten. Ich werde alle H&M´s missen. Ich hoffe, bis bald. Ich danke euch allen. Und... Keep in touch. in H Rabb. Los! Mmmh! Sicht.